Hallo Wien, ich bin Stennis, bin 19 Jahre alt und ich bin hier gerade mit meinem Freund Cesar Kuhl. Ich bin 16 Jahre alt, komme aus Wien, noch ursprünglich aus der Türkei, mit einem Migrationshintergrund meiner Eltern und ja. Und ja, wir bewerben uns für Club Wien, für einen neuen YouTube-Star. Und ja, warum wir neue YouTube-Star werden wollen, das seht ihr in diesem Video, viel Spaß. Wir sind ein Fußballkanal mit sechs Leuten, da wir jetzt nur zur Zeit sind, sind die anderen auf der Baustelle, im AMS. Und ja, warum wir Wiens neuer YouTube-Star werden wollen. Genau, haben wir ein paar Gründe für euch aufgezählt und die seht ihr jetzt, meine Lieben. Wir haben zehn Gründe, die wir für Wien getan haben und deshalb wollen wir auch ein YouTube-Star werden. Der erste Grund wäre die Donau. Die Donau ist ein wichtiger Bestandteil, wie ihr alle wisst. Und wir versuchen sie alle sauber zu halten von möglichen Sachen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Grund und ja, jetzt haben wir die Donau fertig bekommen. Und natürlich unterstützen wir keine Schwarzwäuer, denn wir unterstützen keine Schwarzwäuer. Unterstützen die Wiener Linien. Der nächste Grund wäre, dass wir Migranten in das Land zu integrieren. Und damit die Kultur zu fördern. Das ist deutsch, das ist kein deutsch. Genau. Man, wir sind frisch von Afrika und Chile jetzt. Man, red weiter. Du kannst nicht mal reden, sonst hast du mir irgendwas zu tun. Man, man, ich spiele mal. Du brauchst du, damit du bald kommen. Man, ich spiele Boswiener kommen, mein Schau. Oh, allein, man denkt immer, mein Schau. Ah, allein. Man, red jetzt mal! Man, ich spiele mich mit Boswiener. Ja, ich habe hier schon vorgestellt. Ich bin ein Vorboyer. 19 Jahre alt. Grund Nummer vier. Natürlich unterstützen wir auch das Bundesheer. Denn unser Kameramann Rafa war vor zwei Monaten dort und hat seine Haare dort schneiden lassen. Dort habe ich schneiden lassen? Ja. Das war hier hinten. Bist du behindert? Zurück zu der Donau, die in Österreich ist und in Österreich fließt. Versuchen wir das Wasser aus der Donau, die in Österreich fließt, sinnvoll zu nutzen, indem wir es mal... Was? Grund Nummer sechs. Natürlich unterstützen wir auch die österreichischen Ärzte, die unsere österreichischen Genicke retten können. Kommen wir zum nächsten Grund. Und zwar zu Grund Nummer sieben. Das Wort gendern, das ist ein önglisches Wort, ist normalerweise, wird bei uns im Deutschen großgeschrieben. Da kommen auch Mädchen am Ball. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist schon spät. Dunkel. Ich habe Hunger. Ich bin ein Eifel. Zamo ist ein Österreicher. Der nächste Grund wäre, dass Touristen auch immer herzlich willkommen sind in unserem Land Österreich. Und dass wir ihnen auch ab und zu mal zeigen, wo es lang geht. Tod. Oh-oh. Ich hab's geahnt, ey. Geschlafen, Bruder! So Leute, das war's mit dem Video und ja, ich hoffe, ihr versteht den Spass. Und wir meinen die Bewerbung wirklich ernst. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonnieren Sie bitte mit Humor bitte. Danke. Ciao.